Die Schornsteinabdeckung Erdin Düse Plus von Raab. Ein Plus an Betriebssicherheit, Heizkostenersparnis und Zugstabilisierung. Die Erdin Düse Plus wurde im Windkanal entwickelt. Durch die daraus gewonnenen Erkenntnisse ist eine Schornsteinabdeckung mit strömungstechnisch herausragenden Eigenschaften entstanden. Kritische Fallwinde haben kaum Einfluss auf den Zug. Der konstantere Verbrennungsprozess steigert die Heizleistung und senkt die Brennstoffkosten um bis zu 10 Prozent. Darüber hinaus ist die Raabdüse EN Plus so konzipiert, dass der Winddruck an der Kaminmündung vernachlässigt werden kann. Dies verringert die Kaminbauhöhe in der Planung und macht erstmals Bauhöhen auch unterhalb des Giebels möglich. Aus hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt ist die Erdin Düse bis zu einer Abgastemperatur von 600 Grad Celsius zugelassen. Sie kann wahlweise mit einem 250 Millimeter langen Einschubstutzen zum Einstecken in einem doppelwandigen Edelstahlschornstein oder mit einer Befestigungsplatte zum Aufschrauben auf den Kaminkopf geliefert werden. Eine Wartungsklappe erleichtert die Prüfung und Reinigung durch den Schornsteinfeger. Profitieren Sie von der Entwicklungsarbeit aus dem Windkanal. Profitieren Sie von der erdigen Düse Plus.